As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen, Barmherzigkeit mit euch allen sein und herzlich willkommen alle Nicht-Muslime. Die Frage von heute ist, warum ewige Hölle für eine zeitlich begrenzte Sünde? Das ist eine Frage, die hier und da mal aufkommt. Warum gibt es ewige Hölle? Ist das nicht eine krasse Strafe? Ist das denn gerecht, wenn jemand nur eine zeitlich begrenzte Sünde gemacht hat, hat 60 Jahre gelebt und dann bleibt er für alle Ewigkeit in der Hölle? Hier muss man zunächst sagen, man geht nicht für jede Sünde für alle Ewigkeit in die Hölle, sondern für Schirk, für die größte Sünde, die Beigesellung. Was Schirk genau ist, darüber habe ich auch ein Video gemacht. Im Allgemeinen, Polytheismus. Das heißt, wer im Polytheismus, in der Vielgötterei stirbt. Allah sagt in Surah 4, Vers 48, Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, aber vergibt, was darunter ist, wem er will. Das heißt nicht, dass er das willkürlich macht, sondern nach seinem Maßstab. So, das heißt, wer absichtlich Götter beigesellt, hier muss man noch etwas, weil es gibt verschiedene Arten von Beigesellung, hier muss man noch dazu sagen, dass wenn jemand beispielsweise irgendwo aufgewachsen ist und wo bestimmte Sachen nicht gewusst hat, nicht wusste, dass der Islam die wahre Religion ist und sie deswegen nicht angenommen hat, beispielsweise, weil das prinzipiell auch eine Form von Schirk ist, den Islam abzulehnen, den Propheten, abzulehnen, wenn man dabei dem Scheitan gehorsam ist. Und dem Scheitan, dem Satan, gehorsam zu sein, in einer Sache, die Kuffer ist, die Unglaube ist, ist auch eine Form von Anbetung des Satans. Das heißt, die Anbetung zeigt sich nicht nur in äußerlichen Taten, wie zum Beispiel eine Niederwerfung oder eine Verbeugung etc. Das nur kurz dazu, wie gesagt hat, darauf bin ich in einem anderen Video detailliert eingegangen, wo es um Schirk geht, die Überklärung, Manifestation des Schirks etc. Wenn jemand beispielsweise nie etwas vom Islam gehört hat, nie etwas von der wahren Botschaft des Allmächtigen Gottes Allah gehört hat, dann kriegt er nochmal eine Probe am jüngsten Tag. Allah sagt in Suche 17, Vers 15 Wir haben nicht eher bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das heißt, wenn jemand keine Botschaft bekommen hat, wird er erstmal nicht bestraft. Am jüngsten Tag gibt es nochmal eine Probe. Deswegen ist auch das Gericht von Allah und die Bestrafung von Allah fair. Okay. Gehen wir zurück zum Punkt. Das heißt, man wird nicht für jede Sünde, für alle Ewigkeit bestraft, sondern für den Schirk, für die Vielgötterei, in ihren verschiedenen Facetten, wenn man in diesem Zustand stirbt. Nummer eins. Dann muss man wissen, es gibt, solche Fragen kommen bei einem auf oder man kriegt solche Fragen gestellt. Wie geht man mit solchen Fragen um? Ich bekomme des Öfteren solche Fragen und die sind kein Zweifel in der Religion, sondern das ist wie sozusagen eine Einflüsterung. Und das spürt man daran, dass jemand, und die Einflüsterung kann vom Schaitan kommen oder kann auch von anderen Menschen kommen, die diese Fragen stellen. Von Schaitin und Insum, von Schaitin und Djinn. Zum Beispiel jemand fragt einen oder man kriegt diese Einflüsterung und man spürt, dass das was was, also Einflüsterung ist, indem man diesen Gedanken verabscheut und sogar verabscheut, darüber zu sprechen und Angst hat. Daran merkt man, dass das was was ist. Aber wenn man den Zustand bekommt von ach ja, ich weiß, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt und man ist zwischen dem einen und dem anderen ja, vielleicht stimmt es vielleicht nicht, dann ist es schick, dann ist es Zweifel in der Religion, dann ist man kein Gläubiger mehr. Denn der Iman, man muss sich das vorstellen, ist wie ein Haus, wie ein Gebäude. Deswegen gibt es auch die Arkanul Iman, die Säulen des Glaubens. Und ein Etikett zu haben, der gegen den Iman ist, zum Beispiel jemand ist überzeugt, es gibt keinen Gott, ist so, als wenn er eine Kuhle hat. Und Zweifel zu haben ist, als wenn man kein Gebäude mehr hat, als wenn man einfach auf der Oberfläche ist. In beiden Fällen hat man kein Gebäude mehr. Und Allah sagt im Koran, sagt er, Er ist derjenige, der euch erschaffen hat und unter euch gibt es den Kaffir und unter euch gibt es den Mu'min. Okay, das nur dazu so. Wie kann man jetzt auf diese Frage antworten? Warum so eine harte Strafe? Hier müssen wir erstmal eins feststellen. Dein eigenes Empfinden ist nicht der Maßstab für richtig oder falsch. Denn es gibt viele Dinge, die vielleicht der eine oder andere als schön oder richtig empfindet, die aber nach Gottes Empfinden falsch sind. oder die sogar nach dem Empfinden der meisten Menschen falsch sind. Zum Beispiel Homosexualität. Es gibt den einen oder anderen, der das schön findet. Aber die meisten Menschen finden das für sich selber persönlich zumindest abscheulich. Und die Frage ist, wie ist es nach dem Maßstab von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir nach der Weisheit einer Sache fragen, dann müssen wir erstmal eine Sache verstehen. Wir dürfen nach der Weisheit fragen. Zum Beispiel, was ist die Weisheit dahinter, dass Allah das Kopftuch, den Hijab vielmehr, geboten hat. Was ist die Weisheit dahinter, dass es fünf Gebete am Tag verpflichtend sind. Warum nicht ein Gebet, warum nicht einmal am Tag fünf Gebete? Wir können nach diesen Weisheiten fragen, wir müssen aber wissen, dass derjenige, der diese Regeln aufgestellt hat, Al-Hakim ist, der allweise Allah, der allmächtige Gott. Und seine Weisheit ist über unserer Weisheit. Das heißt, wenn wir nach einer Weisheit fragen, heißt es nicht unbedingt, dass wir diese Weisheit verstehen. Und es ist arrogant zu denken, dass wir jede Weisheit, jede Hekma, jede Weisheit, die Allah hinter einer Sache gestellt hat, verstehen würden. Das ist sogar eine Form von Arroganz. Das heißt, wir dürfen nicht so arrogant sein, wie heutzutage einige Menschen, die den Verstand vergöttern und denken, sie könnten Dinge verstehen, die über dem Verstand sind. Allah hat uns so viel Verstand gegeben, dass wir herausfinden können, ist diese Religion, die wahre Religion, ist der Koran von Allah, ist der Prophet Mohammed, a.s.w. wirklich ein Prophet, gibt es einen allmächtigen Gott? Dazu hat er uns den Verstand gegeben. Das heißt nicht, dass wir jede einzelne Weisheit verstehen. Denn Allah ist ein Wesen über unserer Vorstellungskraft und dementsprechend ist sein Wissen, seine Weisheit, seine Fähigkeit auch über unsere Vorstellungskraft. Allah sagt im Koran, in Surah 42, Vers 11, لَيْسَكَ مِثْلِي شَيْمُ وَهُوَ سَمِيُ الْبَسِيَةِ Nächste ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Die zweite Sache ist, Ungerechtigkeit ist nicht abhängig davon, ob eine Sache, eine Strafe heftig oder weniger heftig ist. Davon ist es nicht abhängig. Ungerecht wäre es, wenn jemand bestraft wird für Sünden, mit denen er gar nichts zu tun hat. Wie zum Beispiel im Christentum, die Erbsünde. Jeder Mensch kommt als Sünder auf die Welt, weil Adam laut dieser Vorstellung eine Sünde begangen hat. Okay? Aber, wie heftig die Bestrafung ist, das liegt im Ermessen dessen, der die Bestrafung festsetzt. und wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, müssen das als Muslime glauben, dass Allah das Recht hat, die Bestrafung dafür festzusetzen. Und er sagt ganz klar und deutlich, dass derjenige, der diese Sünde begeht und in diesem Zustand stirbt, dass ihm nicht vergeben werden wird. Punkt. Die nächste Sache ist, die Heftigkeit oder Länge einer Sünde ist nicht abhängig von der Länge, die Heftigkeit und die Länge der Bestrafung ist nicht abhängig von der Länge der Sünde. Beispielsweise, wie lange dauert es, um jemanden umzubringen? Wenn man eine Knarre hat, Zehntelsekunde, heißt das jetzt, ach ja, wir stecken diese Person nur eine Zehntelsekunde ins Gefängnis, weil die Sünde ja nur eine Zehntelsekunde gewesen ist. Das hat damit nichts zu tun. Es kommt auf die Heftigkeit der Sünde an. Nächster Punkt. Das Problem liegt oft daran, dass wir die Heftigkeit dieser Sünde nicht richtig verstehen, weil wir zu weit von Gott entfernt sind. Und hier möchte ich betonen, wir schaden Gott damit nicht. Aber wir sind damit ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit ist etwas Gewaltiges. Aber das heißt nicht unbedingt, dass wir das wahrnehmen. Beispiel. Es gibt Mörder, Kindervergewaltiger, die es einfach nicht wahrnehmen, was sie diesem Kind, das sie vergewaltigen, für einen Schaden zufügen. Oder was sie mit dem Mord jemandem zufügen. Warum? Sie sind sich dessen einfach nicht bewusst. Sie spüren das nicht. Sie haben da keine Empathie für. Wie gesagt, wir schaden Gott nicht, aber Gott ist gerechtig. Und wir sehen diese Sünde der Vielgötterei vielleicht so klein an, weil wir es uns einfach nicht ausmalen können, weil es über unsere Vorstellungskraft ist. Aber sie ist eine gewaltige Sünde. Jemand, der sein ganzes Leben lebt und sich nicht einmal Gedanken macht, wer hat mich erschaffen, wozu bin ich hier? Ach ja, nach mir die Sinnenflut. Und lebt einfach so in seinem Kuffer, in seinem Schirk, in seinem Unglauben, in seiner Vielgötterei, hat nichts anderes verdient, insbesondere wenn er die Botschaft bekommen hat, als die ewige Bestrafung in der Hölle. So schmerzhaft das ist, es geht nicht um unser Empfinden. So. Dann. Gibt es eine Erklärung noch, die wir im Koran haben? Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Suche 6, Al-An'am, Vers 27 und 28. Dort sagt Allah. Und wenn du sehen würdest, wenn sie vor das Höllenfeuer gestellt werden, dann werden sie sagen, das heißt, die Leute, die in die Hölle gehen, wenn sie vor das Höllenfeuer gestellt werden, werden sie sagen, oh würden wir doch nur zurückgebracht werden, wir würden dann nicht die Zeichen unseres Herrn für Lüge erklären, sondern würden zu den Gläubigen gehören. Das heißt, wenn wir zurückgebracht werden würden, würden wir es anders machen. Dann antwortet Allah darauf in Vers 28, nein. Vielmehr hat sich ihnen offenkundig gezeigt, was sie zuvor vor Bergen pflegten. Und wenn sie zurückgebracht würden, würden sie doch wieder zu dem zurückkehren, was ihnen verboten wurde. Sie sind wahrlich Lüge. Das ist also ihr Zustand. Sie würden Ewigkeit so weitermachen. Sie haben die Warnung bekommen, sie würden Ewigkeit so weitermachen. Das heißt, egal wie man es dreht und wendet, die Bestrafung, die Allah festsetzt, ist das Recht von Allah, ist die Weisheit von Allah, ist so heftig, weil die Sünde so heftig ist, egal ob wir das so empfinden oder nicht zu empfinden und wenn diejenigen zurückkehren würden, würden sie es weiter so machen. Das ist die Antwort darauf und Allah ist der Allweise, der Allmächtige. Alles, was richtig war, war von Allah, alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu al-la ilah ilah and astafruko tubo ilik.